In New York wurde am Mittwoch der Opfer der Anschläge vom 11. September 2001 gedacht. Bei einer Gedenkfeier im Beisein von US-Präsident Joe Biden und Vize Kamala Harris wurden traditionell die Namen der Opfer verlesen. Zur Zeit der damaligen Einschläge der Flugzeuge in die Türme wurde eine Glocke geläutet. Auch der republikanische Präsidentschaftsbewerber Donald Trump war zusammen mit seinem Vizekandidaten J.D. Vance anwesend. Am 11. September vor 23 Jahren hatten islamistische Extremisten vier Flugzeuge gekapert. Nachdem sie den American Airlines Flug 11 in den Nordturm des World Trade Centers steuerten, flog kurze Zeit später ein weiteres Flugzeug in den Südturm. American Airlines Flug 77 lenkten Extremisten in das Verteidigungsministerium nahe Washington. Eine vierte Maschine stürzte in Pennsylvania ab, nachdem die Passagiere Widerstand gegen die Entführer geleistet hatten. Rund 3.000 Menschen kamen damals durch die Anschläge ums Leben.